Ja, ja, dieser Stream wird unterstützt von Projektplatzierung. So, tolle Partner haben wir. Oh ja. So. Jetzt spielen. Los. Los, Prirol. Go faster. Hallo, ich bin Joshi und ich spiele jetzt Domina mit euch. Oh, ist das zu laut? Chat, ist das zu laut? Alter, was ist das für eine Mucke? Ich glaube, das ist zu laut. Ich mach's ein bisschen leiser. Was ist Domina? Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ich weiß selbst nicht viel, außer, dass es mega cool ist. Ich hab's ein bisschen leiser gemacht, nur ein bisschen. Nu Gehm. Ich muss mein Indian-Bild kleiner machen, weil ich glaube, das verdeckt ein bisschen. Nur Momento. Äh, äh. Wo ist denn das? Da? Hier? Nope. Da? Ja, da. Zwei, fünf. Boom. Ich muss ja nach links vielleicht. So, ja. Nice. The sound is setting once blah, blah, violent, blah, politische Corruption, blah, blah, epic gladiatorial games culminating in the greatest championships the Empire has ever seen, hervorragend Unimaginable Rewards of Cain, äh, Coin in Glory. Oh, ich finde, den Font hätten sie ein bisschen anders machen sollen, der ist anstrengend zu lesen, ehrlich gesagt. Leute, platziere das Bild bitte, dann ist so fertig der Chat und wir wollen dich... Achso, der Chat ist ja noch da. Der Chat ist ja noch da. Oh, ich seh das gar nicht, wo der Chat ist. Warte, ich mach mich höher. Ja, los. Ja. Ist das hoch genug? Das wird mit euch gespielt, also mit Chat. Ich hab quasi eine Gladiatoren-Schule und ihr seid meine Gladiatoren oder auch Random-Gegner. Und ja, ihr müsst mir huldigen, dann investiere ich in euch. Aber eure Leben gehören jetzt mir. Warte mal, ich mach mal kurz die Supersource an. Ja. Das sollte klar gehen, das ist die richtige Höhe. Hä? Das geht nicht. Hä, ist kaputt gegangen? Warum ist die... Achso, weil ich sie hier ange... Oh. Moment. Moment. Oh, warte, 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 warte. Ich hab alles kaputt gemacht. So. So, jetzt. Wo ist der Ton? Da. Äh. Fö, äh. Fö, äh. Fö, äh. They will never... Bla. Okay. Also, wir haben Stargus, Doratheos und, ähm. Ich glaub, ich muss noch ganz kurz in den Chat den Bot anmachen. Uno, momento. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Egal. A large man with a whip has presented himself at your villa and request your ear. I see that there are games scheduled in a few days and have heard that you plan to attend. I serve your father for many years, but when he fell ill and Veludus turned to ruin, I had to find my daily bread elsewhere. I would be honored to return to Veludus and train your men for this battle. Without me these men will be slow and stupid lambs to be slather. Cool. Wir haben Trainer. Ähm. Oh, Battle findet statt. Jetzt schon? Okay, wir müssen uns einen Gladiatorum wählen. Wir haben... Wir haben... Default... Doratheos. Ich nehme jetzt einfach mal den hier, der hat viel HP. Okay. Und dann done. Und er fightet gegen... Gegen Quietsch... Quietschemugge. Wer ist Quietschemugge? Oh, ich verdeck... Ich verdeck noch Sachen. Vielleicht sollte ich nach ganz unten links. Warte mal. Wir müssen das Game noch preparen. Sorry, Chat. Ich weiß leider nicht, wie das... Oh, das ist falsch rum. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Da. So, ich bin jetzt ganz unten. Accept. Okay, das erste Battle gegen Quietschemugge. Er ist schon angeschlagen, ein wenig. Wir haben Doratheos. Doratheos. Oh, oh. Oh, oh. Doratheos struggled. Er hat gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Doratheos. Sehr gut. Rip Quietschemugge. I am Godefrood. Also, wir haben Godefrood hier jetzt. Wir haben neue Gladiatoren. Godefrood. Und Slow 0, 11, 0. Godefrood. Siehst nicht so gut aus. Gucken wir mal. Select Gladiatoren, Klaas. Oder wir können was aussuchen. Ah, nur den hier. Was ist das? Single Blade and Shield. Good Armor. Gut. Du bist jetzt ein Drecks. Und ich investiere in dich, weil ich Geld habe. Godefrood, ich investiere in dich. Du bekommst jetzt einen Helm. und du bekommst Amor, eine Hose, Knieschoner, Schulter. Um links steht der Befehl. Um links steht der Befehl. Was ist das? U-F-W-L. Okay. Ich muss mal kurz in den Chat schreiben. U-F-W-L. Das funktioniert? Dominabot wurde. Der Mobot übertönt den Dominabot. Ist nicht dominant genug. So, Godefrood. Also, das sieht nicht gut aus mit deinem Training. Du bist weak. Aber ich gebe dir Geld. Ich gebe dir eine Münze. Jetzt bist du happy. Jetzt trainierst du. Schön trainieren, Godefrood. Schön trainieren. Warte mal. Hast du keine Waffe oder so? Wo kann ich dir deine Waffe geben? Hast du eine Waffe? Oh, nothing. Ich gebe dir hier ein Basic-Dings. Hier, da. Und Gladius. Ich gebe dir noch eine bessere Waffe. Ich gebe dir noch eine bessere Waffe. Ich gebe dir noch eine bessere Waffe. Wir investieren in Godefrood. So. Guter Godefrood. Du bist strong. Oh, wir haben einen Kampf. Gegen Blackheart. Blackheart. Okay, Blackheart. Wir schicken Godefrood rein. Godefrood gegen Blackheart, Leute. Ich habe den Befehl schon abgegeben, aber der Bot wurde gemütet. Godefrood gegen Blackheart, Leute. So. Wollen wir mal sehen hier. Enttäuscht mich nicht, Godefrood. Enttäuscht mich nicht. Ja, ja. RIP Blackheart. Sehr gut. Sehr gut. Wie kann man sich registrieren als möglicher Gladiator? Einfach schreiben und dann werdet ihr random gepickt von dem Spiel. So, ist es Nacht? A heavily armed soldier barged into your ludus announced. His armor is adorned with very fine detail and you gather then that he is an imported person by the way he strikes fear into your slaves. I am the legate, commander of a military detachment station nearby. I was impressed with your showing in my games yesterday. But if you want to win more boats in the arena, you will need better trained warriors and I have many to spare. My warriors may not be as agreeable and cheap as to make a straight useless wares, but at least they know how to wield a sword. The man demands wine as he reclines on your balcony. Okay, das bedeutet was? Können wir jetzt irgendwas einkaufen? Oh, hier können wir irgendwas skillen. Skill tree. Fire employee. Gladiator can surrender at any time during battle. Potential saving is life. Okay, nehmen wir. Können wir noch was upgraden? Nope. Achso, das dauert Zeit. Das dauert Zeit. Das ist Research. Okay, okay, okay. Okay, man braucht diese Ressourcen. Können wir Stop drücken? Oh, wir können tatsächlich Stop drücken. Okay, okay, okay. Wir haben drei El Duderino. Godefrood muss sich healen. Godefrood healen wir jetzt. Haben wir noch Verwundete? Dorotheus ist noch verwundet. Slow 011 0 und Trilolid. Banius. Josh, du kannst beim Typen links oben automatisches Training aktivieren. Okay, machen wir das mal. Warum wurde der gerade umgebracht? Weil der, er gehörte nicht zum Chat. Das war Random Start, Jude. Also brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Chat, Leute. Hydralo. Okay, wir picken einen Gladiator. Aber Godefrood ist verwundet aktuell. Wen haben wir denn hier? Wir nehmen Libanius. Wir nehmen Libanius. Ich glaube, Libanius kriegt auch die Schnauze. Libanius gibt. Er verteilt Schellen. Nice. Also unsere Gladiatoren-Schule ist die beste Schule. Loop mit Sahne haben wir bekommen. Loop mit Sahne. Okay. Den haben wir noch so. Können wir in irgendjemanden investieren? Godefrood ist immer noch verletzt. Er wird gerade gehealt. Wir geben dir ein bisschen Wein und ein bisschen Coins. Das bringt nichts, den Kommando in den Chat zu schreiben. Damit kommt ihr nicht rein. Das ist nur, damit ich quasi den, den Domina-Bot in unserem Chat aktiviere. Also ihr kommt einfach rein, wenn ihr irgendwas schreibt. Und dann müsst ihr Luck haben. Okay. Your father calls you. Willkommen in den Spielern. Und wenn ihr die Begriffe in einem Regionall-Championsschritt erreicht habt. Ich werde euch über Jupiters Willen erzählen. Cool So Jungs, trainiert mal alle Wir gucken mal, wen haben wir denn hier Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der noch Du, da Rino Du bist aber jetzt ein Trex Und wir werden in dich investieren Also einmal schön hier alles upgraden So, ja So, so, so Und eine Waffe So, Waffenarmor Everything is ready Should be good Boah, du bist ja schwer 122 Kilo Schreiben ist so anstrengend Das reicht aber, wenn du einmal schreibst Dann bist du schon registriert quasi Dir fehlt noch ein Schild? Echt? Hougode fehlt glaube ich auch ein Schild Er kann gar kein Schild tragen Der kann auch kein Schild tragen Unser Upgrade ist fertig Guck mal, was gibt es? Mind Control Allows you to directly control one Gladiator Healt auch Battle Echt? Krass Gladiators always run and require less stamina to do so Aim Detect Lair can attack to open left or right side when facing up or down Und high, low when facing sideways Auf jeden Fall trainieren wir erstmal unseren Gladiator Ein bisschen Aim Das ist wichtig Schön Aim Next Battle in 6 Tagen Oder was heißt das? 150 Das geht bei Godefrood Er heilt noch Wir haben jetzt die beiden 3L Dudarino und Godefrood sind unsere Heroes aktuell Spar für Clone Bay Libanius auch noch ein bisschen broken Deswegen machen wir wieder gut Level 3 Rechte Arm klicken gleich Schild Okay Machen wir mal Dann geht das nicht da Rechte Arm klicken Ah da Aha Okay Mal hier ein schönes Schild Ein fettes Schild Ein richtig fettes Ein ultra fett Ein ultra ultra Ein brachiales Schild Das beste Schild im Game Alter Wir haben jetzt gerade Ultra viel in dich investiert Machen das im Vorhinein Auch schon mal hier bei Godefrood Alter war das teuer So ihr beiden seid meine Heroes In euch investiere ich jetzt krass So Godefrood Du bist jetzt OP Let's go Links mit der Patschkern auch was? Ja der trainiert Sachen Aimed Defense Gladiota ist kein Place Der Shield towards the direction Of an incoming attack For a more efficient Effective Defense Ja warum nicht? Oh Scholli 86 7 Siege Also Unser Gegner ist Scholli Wen schicken wir gegen Scholli? Wir schicken Godefrood rein Wir schicken Godefrood rein Er ist noch nicht ganz gehealt Aber Godefrood Du machst das Du machst das Let's go Oh ja Ripped Scholli Wir haben Präklar aus B bekommen Alright Gut Wie geht's dir Godefrood? Du bist quiet Hier kriegst du ein paar Münzen So ein bisschen Wein Und dann hör auf rum zu heulen Was ist das hier? Legatus Turnus Achso Das sind Wein Yay Oh und wir können Gladiatoren kaufen Phönix Ione Der sieht Viable aus Sollen wir Phönix Ione kaufen? Sollen wir Phönix Ione kaufen? Oder Geronimus Sollen wir Phönix Ione kaufen? Ich hab nicht mehr Klamotten Enden Phönix Ione hat gute Stats Wir kaufen Phönix Ione So Phönix Ione Willkommen im Team Wo ist er? Da Er ist noch kaputt Deswegen hier Kriegst ein bisschen Geld Bisschen Wein Bisschen Hiel Und des Weiteren Ja bleib erstmal so wie du bist Da Twitch Vote Ausrufezeichen 1 oder Ausrufezeichen 2 The magistrate wife is reporting missing Will you lend your guards to help search for her? Wollen wir die Frau des Magistraten finden? Ausrufezeichen 1 und 2 Also einmal nur 1 oder 2 reicht nicht Das ist ein eindeutiges Jahr würde ich sagen Hat also gar nichts gebracht Aber cool dass es so Random Events gibt Cool Was kann der hier? Man kann Sklaven kaufen bei ihm Robocop Ger Ger Der hier im Angebot 20 Coins Ist günstig Ist günstig Nächstes Battle findet statt Gegen Niesel Und Burcium Was können die denn? Der hat viel Evasion Ich weiß gar nicht was die ganzen Stats alles bringen AI Skill Oh Sein Also Burcium hat kein AI Skill Der ist bei 7 Niesel hat 98 Das ist gut Okay 2 gegen 2 Wen sollen wir nehmen? Wen nehmen wir? Ich würde sagen Phoenix Ione Wir zusammen Mit L Duderino Versuchen Die beiden jetzt zu hauen Let's go Wollen wir mal sehen Wollen wir sehen Was die beiden drauf haben OP Froth Jaja Oh Rip RIP Fönix Ione Und Eldor Sorry Aber wir haben andere Liter jetzt Wir haben andere Liter RIP Zum Glück haben wir Godefrod nicht reingeschickt Sind die jetzt tot? Ups Sorry Hol dir mal mein Control Ich will gar nicht so viel Micron erstmal Ich möchte erstmal den Rest lernen Bevor ich selber lerne wie ich fighte Ich hol mir das später Der Dior can quickly roll to avoid an attack Okay Shield Control Shield Defense Bonus 25% Ich würde sagen einfach eine Dodge Roll Jeder soll Dodge Rollen lernen Standard bei mir Hier Godefrod kriegt wieder Geld Und Wein Aber wir brauchen jetzt einen zweiten Star Wir brauchen einen zweiten Star Wen nehmen wir? Wer hat denn gute Stats? Andere Liter haben wir bekommen Naja Och naja Godefrod ist ziemlich stark Muss ich mal so sagen Aber ich finde Godefrod sollte mehr Damage machen Wir graden ihn ab Wir graden ihn noch mehr ab Godefrod Du sollst unser Champion werden Oh fuck Ich hab's downgraded Das war natürlich doof Ich hab meine ganzen Waffen gedowngraded Ich hab jetzt ultra viel Cash verloren Oh man ist das dämlich RIP Man muss ja mit Rechtsklick upgraden Was ist das denn für eine Mechanik überhaupt? Okay wir haben all unser Geld in Godefrod ausgegeben Jetzt können wir gar nicht mehr upgraden Das war dumm glaube ich Mist Start neu? Nein auf gar keinen Fall Gar keinen Fall Leute Auf gar keinen Fall Schön trainieren Leute Schön trainieren Hier Godefrod übt seine Waffenanwürfe sehr sehr gut Ivanius ebenfalls Borki Mewarit Was kann der? Jupiters Blessing Eins gegen eins oder wie? Oh ne Drei gegen eins könnte man machen Okay Godefrod Wir machen eins gegen eins Leute Wir wollen nicht drei gegen eins Wir wollen faire Kämpfe machen Wir vertrauen in unseren Champion 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 Robocop schreibt Er hat mich jetzt nicht gekauft oder? Sorry Das Angebot war fishy Du warst zu günstig Außerdem habe ich kein Geld Okay Godefrod komm Ich habe Damage bei dir hochgeskillt Du hast das beste Equipment Enttäusch uns nicht Go Champ Ja 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 Du bist keine Enttäuschung Im Gegensatz zu Phoenix Ione Wir haben Benix bekommen Wir haben Benix bekommen Okay Mal kurz pausieren Wir müssen mal überlegen Wir haben wieder Geld Wir sollten investieren In einem zweiten Wir brauchen jemanden Der Wir gehen erstmal Godefrod Geben ihm noch Geld Und Wein Benix ist im Bett Ist das so? Ja dann hier Freeing this man Will boost morale And hope for the rest of your man Ja klaro Zanius Godefrod too strong Ich will auch meine Freiheit Du bekommst keine Freiheit Du bist unser Champ Du wirst für immer mit uns fighten Gladiator suffers lo- Oh was ist das hier? Rolling attack Rolling into an open and dust damage Nice Teuer Machen wir nicht Gladiator suffers less knockback When their attack is blocked Or when pushed by an opponent Wir wollen vielleicht in die Richtung gehen Shield control Bisschen hochleveln Und wir brauchen einen zweiten Dude Libanius hat eigentlich gute Sachen Hm Okay Wir schauen einfach mal Was wir noch so kaufen können Dr. Dunkmaster Darius Obbalder 47 Wenn wir uns nicht leisten Sind zu teuer Gucken wir lieber den Sklavenshop Da haben wir Edgar Wasser 1 Was ist das hier eigentlich? Nichts Citymarktplatz Map of Games Citymarkt Achso hier können wir wahrscheinlich Wir müssen auch achten Dass wir keine Nicht Dass wir unsere Ressourcen Nicht verlieren Börschi brauchst unbedingt Angestellte Wie den Schmied Wo bekomm ich denn Angestellte hier? Higher Employees Okay Ah Provides Gladiator Tour Healing Das ist gut Ludus Upgrades Nope Inexpensive Upgrades And Equipment Repairs Muss man das reparieren? Educator Moral and AI Profits Zeit Okay Schlaure AI Wir brauchen auf jeden Fall Educator Ja Und wir brauchen Provides Healing Training Moral Boost Ist teuer Wein Magistrate Favor Und der kostet nichts Der kostet nichts Wir kaufen den Nice Agent Dirty Work Free Pit Fights Na ja Gucken wir einfach mal Was passiert Brauchen wir Heal Rodofroth Brauchst du Heal Knob Braucht jemand Heal Von euch Schön Er hat nochmal HP dazu bekommen Klick sie an Ah ich hab sie ja auch Educator Teachings of Garlin Increased Max Stamina Stamina Recharge Rate Teaching of Blababra Gladiators learn Cleanness can help Their body heal More quickly after injury Nope Gladiators reach deeper Understanding of the True Nature of Body and Mind Nope Anatomy Was das? Learning the weakest Part of Human Anatomy Gladiators strike More efficiently Mehr Attack Damage And mehr Critical Strike Damage Das ist gut All Gradienters training time Is decreased Das nehmen wir Effizientes training Leute Effizientes training Hier Wer ist das? Quietschemugge Wir schicken unseren Champ Unser Champ Er macht das Unser Champ Unser Champ Mach das Unser Champ Mach das Schön Sehr schön gemacht Sehr schön gemacht Stolz auf dich Bin sehr stolz auf dich Bodofroth So Kriegst dafür Hier Wein Und Geld so was kann der hier prayer to neptune consume one water and provide one wine per day ah damit können wir ein bisschen prayer to juna upgrade prayer to mercury upgrade gladiator weapon no occasionally upgrade gladiator's defense training upgrade gladiator's strength unify your gladiator's mind a body for fanob agility ich glaube agility ist sehr wichtig agility ist wichtig wir investieren in agility der hier ist durch das heißt wir gehen jetzt hier weiter unlock where retario ist klar ach wir können neue klassen unlocken das magistratum wünscht um ein treffen leute mit unseren champion godefroth und sein kumpan sind sie denn würdig das überhaupt zu dürfen sind sie würdig dürfen sie das was hat das magistrat für uns getan was hat das magistrat je für uns getan okay ich sehe es ist okay es ist okay irgendwie short meeting one of the gladiator's cuts for boys throat and escape through the front door killing several guards in the process magistrat is beside himself with grief toll ich sag doch das magistratum ist zu dreist und unsere gladiator sind ausgerastet die frage ist wer ist weg natürlich godefroth nicht hier fehlt einer wer war das wer war das wir investieren in lebanius müssen wir wir können uns nichts leisten mist wir haben kein geld wir haben kein wasser mehr kein wasser mehr hier machen wir noch ein battle luke style walker luke style walker fordert unseren champ heraus ist das so luke ist das so ist das so luke bist du dir sicher bist du dir sicher klar na gut wir machen es anders wir schicken nicht unser champ rein bringt es eigentlich was kämpfe zu verlieren wir schicken nicht auf gar keinen fall los godehron zernichte ihn zernichte ihn wir gehen hier ein bisschen forschen wir erforschen irgendwas einfach so wir können noch ein paar leute kaufen hier employees das brauchen wir gladiator healing brauchen wir nicht brauchen irgendwas das mehr damage macht Das ist gut Weil wir haben viel Food Eigentlich bräuchten wir irgendwas anderes Das wäre okay, das nehmen wir Das ist teuer Ne, den kaufen wir doch nicht Haben wir denn niemanden, der Wasser Irgendwie macht? Wir befreien mal ein paar Leute Hier, Andrelita Grand Freedom Wir wollen, dass ihr auch wisst, dass ich mich um euch kümmere Dass ihr auch irgendwann verdient eure Freiheit gewinnt Ruhm, Stolz, Ehre und Freiheit Das bekommt ihr, wenn ihr bei mir Gladiator werdet Yoshi brauchst mehrere gute Kämpfer Bald kommen mehr Gegner auf einmal Ich habe Godefrood Ich kann auch in niemanden investieren Außer in Libanius Ich investiere in Libanius Hier, bekommst Wein Oh, hat Godefrood eigentlich sein Wein bekommen? Hier, kriegst du auch noch Geld Jetzt kriegst du mehr Geld da Viel Geld Wie sehr sie sich über kleine Goldstücke freuen Krass Schon witzig Schon witzig Mal überlegen Verabschiede alle mit weniger als 80 Agro Da kommt schon Pro-Gamer heraus, oder wie? Bloops mit Sahne Oh, wir können die auch verkaufen Verkaufen wir dich Stargus, was kannst du? Du bist eine gute Agro Verkauf dich Was ist der Godefrood eigentlich für eine Agro? 67, ist okay Ist okay Ist okay, ist alles okay Was hast du? Du bist eigentlich ziemlich okay, kann das sein? Ne, dein Turtle ist schlecht Ne, verkaufen wir auch Lowrei 87 Uh, du hast eine gute Agro Vielleicht sollten wir in dich Investieren Sollten wir in dich investieren, ist die Frage Ich behalte dich mal auf der Rückwand Die verkaufe ich Borki 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 behalten wir auch noch auf der Rückwand Wir behalten unsere Upgrades im Auge One Water and provide one wine a day Das ist ja nicht so schlau Okay Ah, Healing Automatisches Healing Klar machen wir das Äh, ich glaub wir müssen Wasser kaufen Oh, das ist ja günstig Krass Gold ist alles Gold ist alles Oh, schon fertig? Ah, Gladiatorstärke können wir auch upgraden Also let's go Tasse und Tortenlieferant Mit Löwen So wollt ihr also kommen So was wollt ihr sehen Als ob ihr ne Chance habt Als ob ihr ne Chance habt, Leute Als ob ihr ne Chance habt Ich schick Unseren Champ alleine da rein Ich schick unseren Champ alleine da rein Er macht euch alleine lang Er macht euch alleine lang Guck, was Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Hä? Hä? Was? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Komm hier Godefroh Bekommst noch bessere Armor Würde ich sagen Komm hier Hast du hier verdient Kriegst auch Wein Coins Helm Goldener Helm Man soll wissen Dass du unser Champ bist 555 Hast du Du hast mittlerweile Einen Fußballwert Du bist mittlerweile So viel wert Wie ein Fußballspieler Heal Upgrade ist fertig Was haben wir denn hier? Teaching Increased Max Stamina And Recharge Rate Na klar Klingt gut Prayer of Juno Defense Training Soll auch besser werden Wir haben jetzt Rudikulus Wir schauen uns den mal an Oh der hat aber Sehr sehr gute Ausgeglichene Werte Tatsächlich Godefroh Wiegt 149 Kilo Und hat eine Armor Die wiegt Wiegt 111 Kilo Aber das ist gar kein Problem Er besteht nur aus Purer Muskelmasse Unser Champ Er ist der Behemoth Unserer Schule Lovir will mal so werden Wie Godefrood Wer will das nicht Prayer to Neptune Dann machen wir So der Research ist fertig Beziehungsweise gleich Jetzt Polearm Defense Will eigentlich in die Rolling Attack mal investieren Oh die dauert lange So ich Wir schauen noch mal kurz hier in den Handel Juba und Devil's Dagger Oh ihr seid teuer Ach das ist ein Wagen Das ist ein Kriegswagen 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 Ich kaufe keine Kriegswagen Ich will Soldaten haben Hier Naja Naja Wird ihr alle zufrieden Leute Ihr kriegst Wein Was ist das Hier ist Adopted Lovry Lovry 87 Er wollte so werden wie Godefrood Und ist jetzt bei uns mit in den Reihen 1 gegen 1 1 gegen 1 Wer fordert uns noch heraus zu einem 1 gegen 1 Wer traut sich Sich heraus Wer traut sich das überhaupt 456 HP Maschine 266 Kilogramm Leute Really I'm done I'm done Rip Rico Rip 1 Hit 1 Hit 1 Hit Schön Also erstmal Haben wir Wo ist er Wo bist du Hier Lovry Weißt du was Lovry Du wolltest schon immer sein Wie Godefrood Du wolltest schon immer sein wie Godefrood Ich gebe dir die Chance So zu werden wie Godefrood Ich gebe dir die Chance So zu werden wie Godefrood Beste Waffe Bestes Schild Amor Ich investiere mein Geld in dich Enttäusch mich nicht Enttäusch mich nicht Trainiere hart Und werde stark So wie Godefrood Warum Geld Warum Geld Also wenn ich da bin Bitte mach aus mir ein Morilla Oh After a military defeat nearby Several of the legates Officers are on the run From the Gauls Offer to hide them At your Villa Lock your doors To the officers The Gauls are sure To swoop in Looking for them And you Don't want them To destroy your Villa Oder Give the officers 19 foot And 21 water And send them On their way You don't want Gaul war party At your doorstep Die Türen sollen Verschlossen werden Okay Officers Pound on your front gate Begging for protection As they are torn apart By a band of savage goals When the legate discovers You let his best officers Die like animals He is not pleased Ha Grr Hier bekommst du Wein Bist doch bestechlich Kopp Yay Ein Wein Und du bist wieder glücklich Nach dem Tod Deiner Männer Unehrenhaft Hol dir noch einen Architekten Ich hab kein Geld Godefrode ist zu teuer Blackheart Und Zahörnchen Blackheart schon wieder Blackheart ist zurückgekommen Und hat trainiert Blackheart ist zurückgekommen Und er hat trainiert Er hat trainiert Er hat trainiert Er hat trainiert 14 Siege gesammelt Stark Was Der ist ja richtig stark Holy fuck 2 gegen 2 Bezeit dass wir Libanius loswerden Godefrode Willst du das schaffen Aber sicher Ich hab kein Zweifel in dich Kein Zweifel Kein Zweifel Dass du das nicht schaffst 266 Kilo Kampfgewicht Das war ja einfach Du warst eh nur Default Charakter Oh wir haben Phoenix Ione bekommen Das war ja einfach Weil ich soll mir einen Architekten kaufen Okay Dann können wir uns noch was leisten Ein Wittner Und jemand der Food provided Brauchen wir nicht Sacrifice to Gods Was bedeutet das Machen wir mal Higher Oh there is only a limited amount of space Okay Schauen wir uns mal kurz an Educator Was kannst du machen Learning weakest parts Mehr Attack damage Natürlich Damage Architekt Ranting space to local farmers For a share of that crap We generate food for the Ludus Nope Butter whale Das brauchen wir Das brauchen wir Alright Alright Bau training please Du trainierst doch schon Du trainierst doch schon gut Du kriegst hier Geld Und Wein Und ich werde wieder in dich investieren Du sollst stark werden Ich möchte dass du stark wirst Du sollst ein starker Krieger werden Oh ich downgrade schon wieder alles Blöd Ein starker Krieger Du bist jetzt ein starker Krieger Was passiert am Ende der 300 Tage Ich glaube ich muss hier auf der Karte Die Champions der Stadt Zerstören Und dann In Rom quasi Wir trauen uns noch nicht gegen die Champions Noch Wir trainieren noch Wir warten Sammeln Und werden stärker Und dann Schicken wir sie los Hat denn der Ludus von Joschifizius Keine nennenswerten Gladiatorn als Godefro Wir bilden Oh 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 Thirsty Gar kein Problem Leute Gar kein Problem Leute Was haben wir hier Nichts mehr zum Upgrade Hier haben wir noch was Philosophie Hier more quickly Sollten wir glaube ich benutzen Falls Und einer unserer Champs Stark angeschlagen wird Und wir sollten auch hier Schön Was machen Gladiators will automatically deal Killed in Surrender They are less than 10 HP Not compatible With Berserk Wir kann kein Surrender Leute wir kann kein Surrender Wir kann kein Surrender Unlock Ritarius class Lariators learn Advanced Blade Control Resulting in Ja Traitor attacks For all weapons Why not Go Schönes Training Was ihr macht Schauen uns Godefro an 708 HP Dude du bist Insane Dude du bist Insane A traveling Habilist Knocks on your door Offering herbs And spices That will instantly And fully heal All of your men For the cost of Three coins Wir sind alle Vollgeheilt Leute Wir sind Vollgeheilt Wir sind Vollgeheilt Sollte mal Architekten Ich hab schon einen Architekten Wir sind Vollgeheilt Leute wir wollen Wir wollen keine Kräuter kaufen Wir sollen schön Gestohlen bleiben Das bringt uns Nämlich nichts Unsere Gladiatoren Denen geht es Immer gut Wer seid ihr Eigentlich Wie viel wert bist du? 207 Okay Upgrade Ich würde dich Upgraden Ich würde dich Ich würde in dich Investieren Ich investiere In dich Ich mach dich Stärker Ich mach dich Deutlich stärker Ich möchte Dass du mächtig Wirst Du wirst Stark Jindrax Eins gegen Eins Stark Ja sehr stark Er ist Er ist wirklich Sehr sehr stark Der ist Sehr 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 stark Jindrax Du bist stark Wenn ich es nicht Besser wissen würde Würde ich sagen Das Das Kodefrood stärker ist Und dann Und dann Als ob Als ob Das jemals knapp gewesen wäre Als ob das knapp gewesen wäre Als ob unser Champ Auch nur Angekratzt werden könnte Blonde Blonde Zellet Ist bei uns Im Team Das ist ein Netz Was bedeutet das Und ein Speer Der erste Speerkämpfer Vorständig mal Neue Klasse Du hast recht Du hast recht Du hast recht Du hast recht Wir erforschen jetzt Ähm Kriteriustraining Hier können wir Nichts mehr machen Philosophie können wir Noch erforschen Immer gut Philosophisch zu sein Wie geht es dir denn Gerade Können wir in dich Investieren Macht es Sinn In dich zu investieren Und geht es Gut auf Rot Gut Hier Geld Wein Hier Ein Kampf auf Leben und Tod Unser Champ Seine Ehre ist angekratzt Seine Ehre ist angekratzt Dass er zu uns kommt Das ist eine Beleidigung Es ist eine Beleidigung Dass er das überhaupt anfragt Eigentlich wäre er nicht würdig Gegen unseren Champion zu fighten Er wäre nicht würdig Oh wir dürfen keinen aussuchen Er will unseren Champion betteln Oh fuck Tausend HP beeindrucken uns nicht Nein Nein Bestes Training hat er erhalten Unser Champ Ich weiß nicht was er denkt Hey wir haben Alex willkommen Witzig Was kannst du Nix So wie geht es denn hier Mit unserem Mit unserem Hidden Training Unserem neuen Neuen Backup Champion Ich glaube wir sollten dich auch in die Fights schicken So langsam mal Du brauchst unbedingt Erfahrung Ich werde dich stärker machen Ich werde dich stärker machen Als alles andere Oh der Helm war teuer Ich werde dich stärker machen Als die Sonne Ich werde dich super stark machen Du wirst stark sein Mächtig Und natürlich nur auf Weapon Nur Weapon Nur Damage Wir wollen nur Damage Wollen nur Damage Alright Oh das dauert aber richtig lange Das Die neue Klasse zu erforschen Freiheit für Gode Auf gar keinen Fall Gute Nacht andere Liter Ich brauche einen Gegner und kein Opfer So sieht es aus Yoshi klick mal bitte auf mich Und dann put to death Thanks Ich hätte dich schon verkauft Geld ist mehr wert Wie geht es dir überhaupt Brauchst du Geld Hier Geld und Wein bekommst du Genauso wie Oh wir müssen ihn healen Oh oh Gode Froth geht es nicht so gut Chill Gode Froth has appealed for release My wife is with child Please let me be there to protect them Nur weil du rumstreunern darfst Und random Huren vögelst Heißt das nicht, dass du Deinen Du bist wichtig für uns Alles was du bist Hast du mir zu verdanken Dreist 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 Sehr dreist Wir müssen mal ein bisschen hier rumgucken Bei unseren Jungs hier Wir brauchen nämlich Backup Leute Wir brauchen Leute Die auch fighten können A large angry venomous snake Has bitten a gladiator Okay A gladiator died Okay Was? Gode Froth wurde von einer giftigen Schlange gebissen Und ist gestorben? Hä? Das hätte jeden treffen können Wir haben alles in ihn reingesteckt Wir haben alles in ihn reingesteckt Das arme Kind Darauf erstmal ein Eistee Wir werden das Kind Noch mächtiger machen Als er selbst Dein Sohn Er kennt das Schicksal von dir Er wird in deine Fußstapfen treten Und der mächtigste Gladiator dieser Erde werden Okay Okay fuck Wir haben kein Das ist natürlich bad Das ist wirklich sehr bad Lone Zellot Lone Zellot Wir werden in Lone Zellot ebenfalls investieren Kein Geld mehr Fuck Fuck man Wir gehen in Insolvenz Leute It's over Oh 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 Edgar Wasser schief Pläklerus Noob 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 Okay Lone Zellot Phoenix Ione Go Zeigt Oh Kraft Kraft Oh oh Edgar Wasser Strong Knapper Kampf Spannend Oh das gab viel Geld Tameless Neon Megan haben wir auch noch bekommen dazu Sounds gut Okay Und du Und du